Hallo bei The German Refugee. Heute geht es darum, was Narzissmus oder Narzissen mit dir machen. Warum du sie angezogen hast, was sie währenddessen mit dir gemacht haben, wie du von einem positiven, gut gelaunten, stabilen Mensch zu einem Wrack mutiert bist und wie du davon entkommst. Denn jede Sekunde, die du in so einer narzisstischen Beziehung verbringst, ist eine Sekunde zu viel. Kein Mensch hat es verdient und vor allem nicht du. Und darüber sprechen wir jetzt nach dem Intro. The German Refugee, der Podcast ohne roten Faden. Follow my journey. Du bist der Minuspol. Du bist der Pluspol. Doch die Sache ist, es kann nur sie durch dich funktionieren. Du aber sehr gut ohne sie. Und Plus und Minus zieht sich an. Somit seid ihr beide zusammen, quasi. In der normalen Beziehung sind beide ziemlich mittig. Und somit ist es viel leichter und viel schöner auch, eine gesunde Beziehung aufzubauen, als wenn die Unterschiede einfach viel zu groß sind. Aber das wusstest du nicht, weil du wurdest von Anfang an gespiegelt und projiziert. Und das Wissen über die Sache macht dich jetzt im Nachhinein frei. Aber damals hast du alles Mögliche verwechselt. Liebe mit Abhängigkeit. Es war eine gewisse Abhängigkeit. Es war nichts Echtes. Und ich finde es krass, wie manipulativ solche Leute auch sein können. Dass sie Leute unter ihren Bann ziehen und quasi abhängig süchtig nach ihnen machen können, die eigentlich gar nicht... Stell dir mal vor, du bist morgen süchtig nach Crystal Meth und denkst dir, wie bin ich da jetzt hingeraten? Ich trinke vielleicht gerne mal ein Feierabendbier oder was weiß ich. Aber genau so ist es im Vergleich. Weil du hattest davor damit nichts zu tun. Du hast dich mit einer Person eingelassen, die dir einfach nichts gibt, die dir keinen Mehrwert gibt und gar nichts. Du bist dann die Person gewesen als Empath. Und du bist in der Regel Empath, wenn du diese Leute anziehst. Das heißt, du bist ein Pluspol. Empathie ist Fluch und Segen. Aber in der Hinsicht würde ich es schon als Plus sehen. Das Schlechte an Empathie ist halt, dass wir oft einfach durch unsere Einfühlsamkeit... Also wir können uns in Leute rein... Also wenn jetzt von deinen Freunden zum Beispiel der Vater stirbt oder so, dann können wir da mitfühlen. Dann können wir da sogar eine Träne dafür vergießen. Ich sage immer, bei mir ist es so... Und da kannst du jetzt sagen, ob das männlich ist oder nicht. Aber ich bin halt einfach so... Wenn ich jetzt Auto fahre und ich sehe irgendwo eine tote Katze am Straßenrand, dann denke ich mir... Also dann ist es für mich traurig. Also wirklich, weil ich a selber eine Katze habe und mir b denke, jetzt steht dann irgendein Kind auf und denkt sich, ja wo ist denn der kleine Kater? Und selbst wenn ich darüber rede, so eine Situation wünschst du dir keinem. Und sowas ist ganz klar ein Beispiel für Empathie. Und genau da hat der Narzisst angedockt. Narzissten haben keine Empathie. Sie faken Empathie. Sie werden dir vielleicht in der Anfangsphase auch sagen, dass ihre Top-Eigenschaften Empathie ist und alles mögliche. Aber diese Anfangsphase, wie gesagt, ist gespiegelt. Sie haben dich davor schon studiert und gelesen in einer gewissen Hinsicht und verwenden dann... Sie werden dir dann die gleichen Eigenschaften, die dich ausmachen, über sich erzählen. Somit wirst du eingelullt und dein Narzisst kriegt es noch bestätigt. Und dann kann er natürlich andocken, weil dein Narzisst bringt in der Regel nicht viel auf die Reihe. Und ich rede jetzt hauptsächlich vom verdeckten Narzissmus. Im Arbeitsleben natürlich. Da können die performen, da können die über Leichen gehen, da können die eiskalt verhandeln, klar. Aber sonst, du wirst viele Narzissten sehen, die können nicht mal die einfachsten Gerichte kochen. Die können keinen Wocheneinkauf machen. Die wissen nicht, wie irgendwas zusammenpasst. Die müssen sich für alles Hilfe holen. Aber das spielt ihnen ja auch ein. Also das ist ganz normal. Das erklärt dann auch die ständige Suche. Weil du hast dann als hochtoxisch-narzisstische Frau, hast du dann einen Typen, der wechselt deine Reifen. Der fährt dich dahin. Der kauft dir das. Weißt du, was ich meine? Also sie haben im Endeffekt einen Teich voller Fische, was wir Empathen sind, die leider auf Köder anspringen quasi in der Hinsicht. Und der Narzisst steht draußen und hat mehrere Angeln. Und somit fängt er auch mehrere Fische. Und auch mehrere Fische gleichzeitig. Je nachdem, wann diese Person anbeißt. Das ist das narzisstische Spiel ganz kurz erklärt. Deswegen hat ein Narzisst auch gerne mal mehrere Smartphones. Ist auf verschiedenen Dating-Plattformen. Und in meinem Fall, weil wir nicht zusammengeholt haben, habe ich mir sogar gedacht, diese Person könnte verlobt sein und ich würde es gar nicht mitkriegen. Aber in diesem Moment denkst du halt nicht an das. Weil diese Person gibt dir, sobald sie bei dir ist, wieder genau das, was du suchst. Weil diese Person genau weiß, was du suchst oder was bei dir fehlt aktuell im Leben. Du selber aber nicht. Das macht die Person dann doch wieder schlau. Also du darfst ja ja nicht irgendwie... Also du weißt, was ich meine. Du warst vielleicht in der Situation, wo du selber ziemlich zerstreut warst oder halt voll auf der Höhe. Aber du bist halt ein empathischer, feinfühliger, vielleicht auch hochsensibler Mensch. Es gibt viele Eigenschaften, wo diese Personen andocken können und genau wissen, was du hast und was dich ausmacht. Und genau das wollen sie saugen, weil das haben sie selber nicht. Somit ziehen sie sich selber hoch und dich runter. Und während der Lovebombing-Phase seid ihr dann beide quasi, wie es in einer gesunden Beziehung sein sollte, in der Mitte. Ihr seid einfach gelevelt. Aber sobald die Lovebombing-Phase vorbei ist und du bist am Haken, quasi mit der Angel, und bist gefangen, dann bist du wirklich gefangen. Dann bist du aber im Traumaband gefangen. Dann weißt du nicht, wo oben und unten ist, rechts und links. Du hast alles stehen und liegen gelassen, weil du dieser Person helfen willst. Diese Person hat viele Baustellen. Diese Person hat ihr Leben nicht so im Griff und du denkst dir, ich habe die Kraft, um für uns beide da zu sein. Ich habe die Kraft, um dich da rauszuholen. Ich fahre mit dir da und dahin und dann kriegen wir das alles hin. Oder was weiß ich. Ich schlafe bei dir und unterstütze dich und du musst nicht weinen. Und alles. Diese Frau oder dieser Mann wird alles Mögliche dir erzählt haben, was sie im Leben nicht auf die Reihe gekriegt haben und wie schlecht es ihnen eigentlich geht. Und genau da docken sie bei dir als Empathen an. Das ist das Problem. Wärst du jetzt kein Empath, wärst du selber eiskalt, dann würde das nicht funktionieren. Das heißt, du musstest durch diese Beziehung gehen, um das zu begreifen. An dir ist nicht schlecht. Du darfst im Nachgang jetzt auf keinen Fall an dir selber zweifeln. Du hast wahrscheinlich währenddessen schon an Dauer den Fehler bei dir gesucht und was du noch besser machen könntest und hast somit diese Person auf ein Podest gehoben, weil sie 24-7 in deinem Gedanken war, aber genau das wollte diese Person. Und Personen auf ein Podest zu heben, ist allgemein nicht gesund. Sollte keiner machen. Aber jetzt schauen wir mal weiter. Ganz kurz Werbung in eigener Sache. Also keine Werbung. Aber meine Mission hier, ich wollte eigentlich einen Podcast machen ohne roten Faden. Jetzt habe ich einen roten Faden und ich finde es schön, wie ich euch helfen kann. Und ich werde das Thema auch weiterführen, weil es ist einfach so wichtig. Jetzt stell dir mal vor, du bist in so einer Beziehung und erreichst oder erlangst nie dieses Wissen. Das ist jetzt nicht der heilige Gral, aber es hilft dir auf jeden Fall weiter. Stell dir mal vor, du erreichst es einfach nie. Dann stellst du dir dein Leben lang Fragen, kommst vielleicht nie wieder in eine normale Beziehung, weil du immer die Schuld bei dir suchst. Und es kann sich ja wiederholen, du kannst dir ja mit mehrfach Narzissen anziehen und dieses Wissen nicht haben. Und dann wird dieser Kreislauf, Narzissen bewegen sich im Loop, dann bewegst du dich aber auch in einer Negativspirale. Und das ist so toxisch und schlecht für dich, da kann diese Person schon längst den fünftnächsten Freund haben. Und du bist immer noch in diesem Trauma-Band und suchst die Schuld bei dir selber. Deswegen will ich euch alle da in einer gewissen Hinsicht rausziehen. Deswegen finde ich es schön, dass ihr hier seid. Und an der Stelle, wenn euch das irgendwie gefällt, lasst mir ein Like, Kommentar oder Abo da. Freut mich sehr. Dann weiß ich, dass meine Mission ein wenig Anklang findet. Ihr könnt auch gerne dieses Video einem Freund oder Bekannten schicken, der in einer ähnlichen Situation ist. Weil wie gesagt, es gibt so wenig Leute, die das überhaupt wissen. Und ich selber hatte keine Antworten während meiner toxischen Beziehung, sodass ich halt einfach die Antworten selber recherchiert habe und jetzt für euch zusammentrage, um euch rauszuholen. Weil es gibt für alles eine Erklärung. In dieser toxischen, narzisstischen Beziehung hast du dir immer wieder gedacht, das ist nicht erklärbar. Warum macht sie das? Wie kommt sie von das auf das? Was macht sie denn jetzt? Und du hast halt als Empath bis zum Schluss einfach an das Beste geglaubt und jetzt bist du schlauer und deswegen ändere aber auch nichts an dir. Du bist super in dem, was du machst als Empath. Du kannst gar nicht verlieren. Der Verlierer ist der Narzisst. Und jetzt geht es weiter. Es kann natürlich sein, dass du Vater- oder Mutter-technisch gewisse Defizite hast in Sachen Liebe. Also, dass du in der Kindheit einfach nicht das bekommen hast von deinen Eltern, was du dir gewünscht hast. Und es hört sich jetzt komisch an, aber genau das gibt dir dann diese narzisstische Person, weil sie dich gelesen hat. Sie weiß ganz genau, dass du hier irgendwie emotional ein Loch hast quasi. Und genau das Loch füllt diese Person. Und genau das gibt dir diese Person. Deswegen bist du ja am Anfang so krass euphorisch, dass auf einmal all das in deinem Leben ist mit dieser Person, was du dir immer gewünscht hast, nachdem du dich gesehnt hast, was du vielleicht so nie erfahren hast. Und somit wirst du regelrecht süchtig gemacht nach der Behandlung dieser Person. Wie sie dich behandelt, wie sie dich selber quasi schätzt. Aber wir wissen im Nachhinein, es ist nichts echt davon. Aber du wirst süchtig gemacht. Du wirst abhängig gemacht. Du zeigst es dieser Person auch. Und dann wirst du als lästig empfunden. Und dann geht langsam auch die Schuldumkehr los, weil genau an dem Punkt bist du dann am Haken. Dann merkt diese Person, hey, das, was ich jetzt hier gemacht habe, hat Früchte getragen quasi. Und somit bist du dran. Also somit bist du am Haken. Somit bist du verliebt. Du bist nicht verliebt. Du bist süchtig gemacht. Im Nachhinein ist es für mich auch schön zu begreifen. Und das hilft mir in der Heilungsphase so sehr, dass ich halt wirklich nicht verliebt war. Ich habe mit dieser Person, wenn ich sie ansehe, gar nichts mehr zu tun. Es war nichts mehr. Ich kann sie von jetzt auf morgen links liegen lassen. Und das ist auch für dich so wichtig. Es kommt halt darauf an, wie lange du in dieser Beziehung warst. Wenn du jetzt lange süchtig warst, dann wird es für dich auch ein harter Entzug. Und wir reden hier wirklich von Entzug. Von einer normalen Beziehung musst du dich nicht entziehen. Da machst du keinen Entzug durch. Da brauchst du keine, ja, da hast du keine körperlichen Leiden. Natürlich hast du, hast du in einer gewissen Hinsicht körperliche Leiden. Du hast Liebeskummer und so, ganz klar. Und, aber du hast auf keinen Fall Liebe erfahren in der Hinsicht und hast auch keine Liebe gegeben. Du warst süchtig und nicht verliebt. Das ist für dich einfach wichtig. Deswegen habe ich es jetzt auch zwei, dreimal wiederholt, dass es bei dir ankommt. Weil viele meinen ja immer noch im Nachhinein, dass sie verliebt waren. Aber überleg mal, was Liebe für dich ausmacht und was du dir eigentlich wünschst in einer normalen Liebesbeziehung. Und sobald du, wie gesagt, am Haken bist, bist du uninteressant und wirst einfach weggeworfen. Und das kann dich als Empathen natürlich noch zehnmal mehr treffen als eine normale Person, weil du bist sowieso ein sehr emotionaler Mensch, ein mitfühlender Mensch und bist oft in deinem Kopfkino gefangen, was, wie gesagt, Fluch und Segen ist. Du bist sehr durchdacht, du bist strategisch, du machst dir einen Plan, aber genauso durchdenkst du auch jeden Mist in einer gewissen Hinsicht. Du kommst nach Wochen auf Antworten, nach Monaten auf Antworten von Gesprächen, wo die andere Person schon gar nicht mehr drüber nachdenkt. Und dann wirst du als komisch hingestellt und vor allem von diesen Personen. Dann wird deine ganze Positivität dir negativ ausgelegt. Dann beginnt das Heiß- und Kalt-Spiel. Und das Heiß- und Kalt-Spiel ist auch eine taktische Manipulationstaktik, um dich abhängig zu machen. Weil dann kriegst du nur noch gewisse kleine Portionen von dieser Droge, von dieser Droge-Narzissmus, also von dieser narzisstischen Person. Du kriegst dann nur noch Microdosing, so quasi. Du kriegst nur noch kleine Häufchen und da schmeißt du dich drauf. So jetzt, wenn du es vergleichst mit einer Katze, hat eine Katzenminzenpflanze im Garten und sobald da ein Blatt wächst, stürzt du dich drauf, isst das Ding zusammen und liegt dann auf dieser Pflanze, dass keine Sonne mehr hinkommt und somit auch nichts mehr weiter wächst. Irgendwann entfernt sie sich dann enttäuscht von dieser Pflanze und sieht, wie das nächste Blatt wächst und es geht wieder los. So kannst du das ungefähr vergleichen. Es ist ein lustiger Vergleich, aber du bist abhängig, du bist heiß und kalt gefangen, du bist im Traumaband, du weißt nicht, was mit dir passiert. Du hast alles links liegen gelassen und hast deine ganzen Werte verloren. Und da musst du dich selber, wenn du jetzt gerade als erstes Video dieses Videos siehst, dann musst du dich ab jetzt von der Person auf jeden Fall befreien und ein klares Nein aussprechen, weil du weißt jetzt, was mit dir passiert ist. Du weißt jetzt, was alles Negative an dich gelangt ist und deine schlaflosen Nächte, du musst auch langsam wieder mal funktionieren, du hast alles links liegen gelassen, du musst im Job wieder performen, du musst dein Leben auf die Reihe bringen. Vielleicht meditierst du mal, fährst dein Leben runter. Ich sage es so oft, es ist so wichtig in der heutigen Zeit, dass du einfach mal dein Leben richtig entschleunigst. Mach dir einfach mal einen ganzen, jetzt haben wir gerade einen Feiertag oder mach dir mal einen ganzen Sonntag, wo du einfach als einzigen Termin hast, dreimal zu essen und sonst chillst du einfach nur, weil es ist nichts, was heute passieren muss und es tut dir als Mensch so gut. Ich war damals in der Situation auch gestresst vom Job und alles Mögliche und dann war das halt mein schöner Feierabend. Und selbst da habe ich schon von Anfang an gemerkt, dass ich irgendwie, dass hier irgendwas nicht funktioniert, dass irgendwas hier nicht richtig ist, dass du wirklich bestätigt und gespiegelt wirst und ich sage immer, professionell abgefrühstückt wirst, als wärst du ein Business Termin. Ab da, wo du am Haken bist, ist es wirklich nur noch ein Business Termin, weil ab da muss sich der Narzisst nicht mehr bemühen, um bei dir anzukommen. Da muss er sich nicht mehr reinhängen, da braucht er keinen Ehrgeiz, keinen Eifer mehr, da hat er schon gewonnen, da hat er dich schon am Band. Aber genauso sind noch ein, zwei Ex-Freunde in diesem Traumaband, weil die kann man ja immer wieder reaktivieren, weil die meisten das Wissen ja nicht erlangen. Und da bist du auf jeden Fall das Escape Goat, also das Schaf, das davonkommt, der Bock, der davonkommt und das ist ein englischer Begriff, aber dass ihr es versteht, ihr seid von der Herde der ganzen Supply, also der ganzen Horde von Leuten, was diese Personen in der Hinterhand haben, bist du die oder der, der davon gekommen ist. Und wenn der Narzisst das weiß, weiß er, dass du stärker bist als alle anderen und dann kann er dich auch in Ruhe lassen. Er wird es natürlich immer wieder versuchen durch Hoover-Versuche, also durch wieder Einsaug, wieder Weitersaug-Versuche. Im Deutschen kann man jedes Wort einfach zusammenbauen, bei Scrabble wäre ich dein Meister, dich einzulullen. Also es haben mir auch viele die Frage schon gestellt, wenn sich der Narzisst nicht mehr bei mir meldet, bin ich dann schlecht? So, nee, dann hast du alles richtig gemacht. Dann weiß diese Person, okay, der hat es verstanden, bei dem kann ich jetzt nichts mehr machen und hoffentlich sagt er nichts über mich, weil sei dir eine Sache bewusst, Narzissten wissen in jeder Hinsicht, was sie tun. Sie wissen es. Die Frage kann ich dir mit Ja beantworten, da können wir pauschalisieren, sie wissen absolut, was sie tun. Und du wirst dir die Frage so oft gestellt haben, so, ja, aber das arme Mädchen und, ah, ja, der muss sich ja da und da helfen und die hat ihr Leben nicht im Griff. Ja, aber die hat auch ihr Leben vor und nach dir nicht im Griff und sie braucht alle möglichen Männer, um das hinzukriegen und es wird nicht, es wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren. Du bist der schlaue Mensch, der jetzt davonkommt. Du musst dieser Person nicht mehr helfen. Und wie es da weitergeht, da sehen wir uns in zwei Tagen nochmal. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, immer in die Kommentare, wenn ihr eure Geschichte erzählen wollt. Ich bin, ich finde durch euch noch so viele Antworten und Ideen für nächste Videos. Es ist einfach ein Traum, wie der Channel gewachsen ist. Wir sind jetzt weit, weit bei über 1000 Abonnenten in ein paar Wochen. Freut mich sehr, freut mich, dass ihr alle hier seid. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wo immer ihr auch seid auf dieser Erde. Lasst mir, zeigt mir einfach nur, dass ihr hier seid und dass ihr versteht, was ich meine und dann hören wir uns im nächsten Part. Peace, macht's gut, ciao.